Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil The Umbola Chronicles. In der letzten Folge haben wir den Anfang... ...den Verschirm von Raccoon City erledigt. Und jetzt machen wir Umbolas Ende. Wir spielen mit Chris. Und was für ein hübsches Gewehr spielen wir? Ich weiß nicht, es ist ein Stryker in Marken, es ist wirklich nicht ein Maschinengewehr. Und auf los geht's los! So, und wir müssen mal wieder das Blattzeichen abknallen. Und viel Spaß mit der... ...durch. Thus, they were able to drag out the legal proceedings. Over time, it appeared that all evidence of Umbrella's involvement had vanished with the missile touchdown. How convenient for them. Though fortune has a way of turning when you least expect it. It was the year 2003. Umbrella had a base of operations in Russia where they were working on a new B.O.W. They were preparing to arm the unstable regions of the world with their bioweaponry. Chris and Jill had joined a regional biohazard containment unit and had heard rumors about this nightmarish facility. They recklessly plunged in to shut it down. They have no idea of the awesome and terrible power that awaits them with the new B.O.W., Talos. Bioweaponry spotted. They've already made it to the surface. Everybody, prepare for landing. Stay on guard. We can't afford any mistakes. Ich hoffe, dieses neue Bio-Weapon ist nur ein Rumor. Wir nehmen einfach was sie an uns nehmen. Auf geht's! B.O.W. Straight ahead! Stay on guard! Ah, oi! Ach, oi! Ach, oi! Ja! Okay, hier die sind nicht nur live. Nein! Scheiße! Oh, das war aber kaputt! Oh, der geht ja gut los mit Musik und ist vielleicht mit gesundheit. Oh, der geht ja gut los! Oh, der geht ja gut los! Und tschüss, Krebsis! Oh, der geht ja gut los! So! Du bist verletzt! Bleib zurück! Oh, da war ich. Oh, tschüss. Jaaaah! 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 Ah, was? Ja, das Rump-Kommando! So, wir gehen umrum, wir gehen umrum, da ja. So, wir haben bestimmt schon 50 Zombies im Platt gemacht. Ja, ich hoffe, ich habe euch wehgetan. Ja, ich bin doch was zu holen, jo. Ah, meins. Meine Keime. Okay. Natürlich. Nein, du bleibst da, wo du bist. Ja, das ist ja... ...schon ein reines Ergenschiffflaster. Ich will gar nicht wissen, wie es dann später in der Halle aussieht. Aber ich hoffe, ich mache euch gut. Ich werde später... ...wenn die Hauptstory vorbei ist, werde ich sehr viel Offline spielen. Damit ich euch die anderen Geschichten später auch noch präsentieren kann. Ein schönes HD. Aber ich finde, so viel bin ich euch schuldig. Aber du darfst auch gehen. Ich hoffe, das war jetzt kein dummer Fehler. Aber bis jetzt noch nicht langfristig ist der Bus. kolejig ist der Bus. going to go to go to . Boom! 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 Ho-o-oo-oo-oo-oo-oo! Boom! Jo-o-o-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo. da gibt es ja wohl nicht kommt nichts will hier nicht mehr niemand und weiter es ist die hälfte 86 kinder besicht aber was soll man da bis jetzt da großartig kaputt machen da das war jetzt knapp Wo kam der denn her? Wo kam der Schweinepriester her? Oh, hier. Wie ist das, Mule? So, machen wir mal ein bisschen. So, und... Tschüss, tschüss. So, haben wir das auch alleine? Aber es ist doch hier keine noch Belange, aber das passt nicht. Nicht mal eine. Das ist jetzt etwas ärgerlich, dass ich bis jetzt nur jemals eine Notiz gefunden habe. Ne, ne, ja, ja. Okay, ich denke, hier ist ein Tutti. Aber falls das Stämme passieren, ich würde mir vielleicht freuen daraus. Aber ich meine, es ist die Person. Chris, da ist ein wichtiges Vent neben dir. Kannst du es? Wir gehen in hier? No, Lady's first this time? Ehh... Das ist schon mal. OUCH! Das ist der Ort. Was geht denn hier ab? Ehh... Ehh... Was geht denn hier ab? Und die automatische Pistole, die ist... Die ist nicht übel. Die ist überhaupt nicht übel. Also... Wenn man richtig trifft, ist sie richtig klasse. Das ist wahrscheinlich nicht übel. Was geht denn hier ab? Was geht denn? Das ist ja... Was geht denn? Und das ist doch noch ein leichtes Kastellgang. Also finde ich jedenfalls, also der hatte Westkastal. Hä? Gibt's davon? Ich hatte nicht eine dämliche Datei gefunden. Auwe. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt an? Was kommt jetzt an? Oh man. Was kommt jetzt an? Oh, was kommt jetzt an? Oh, oh, tschüss. Sie sind auch hier! Wir können über den Weg gehen! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Logo. Ich hab alles gefunden. Ich hab endlich alles gefunden. Okay. Ich bin bereit für dich. Was ist das da? Das war ja mal abhassig viele Ich glaube ich hübt jetzt fast 20 Stück Kriss, etwas über das Floor Ja, ich habe es gesehen Abandon hope The nightmare ends, hier und jetzt Ja, wenn es nur so wäre Noch eine Datei gefunden Das ist echt traurig Obwohl das Ende 2 ist freigeschaltet Boah, noch eine Datei gefunden Das ist immer peinlich hoch 10 Boah, das ist immer echt furchtbar Naja, was soll's Gehen wir mal was anpassen Passen wir mal den Gym ein bisschen an Ja, danke schön Und weil ich mit 2 Sternchen kann ich ihn nicht mal anfassen Naja, äh Ja, ich beende dann jetzt auch mal den Part Bevor ich irgendwas, äh Oberellas Ende Teil 2 anschneide Das machen wir dann Mache später Aber ich hoffe es hat euch Spaß Du machst es zuzuschauen Über Likes, Kommentare und Feedback Würde ich mich sehr gerne freuen Und ja, schaut auch immer gerne In meinem Analyseplatz vorbei Tschüss Tja es Tja es Tja es Tja 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 Vielen Dank.